Der Large Hadron Collider, kurz LHC, hat mal wieder für eine Sensation gesorgt. Zum ersten Mal wurde am CERN in Genf der Zerfall des berühmten Higgs-Bosons in zwei Bottom-Quarks nachgewiesen. Wie bitte? What? Warum das eine absolute Sensation ist und wie es jetzt weitergeht? Clixoom Science & Fiction, herzlich willkommen! Ja, so sehen sie aus, die Datatapes des CERNs, genauer des Large Hadron Collider, kurz LHC. Hier sind 600.000 Protonen-Kollisionen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit drauf, eine halbe Stunde Laufzeit am LHC. Hier am Atlas-Detektor werden diese Daten unter anderem aufgezeichnet und im Juni 2012 wurde in diesen Daten zum ersten Mal das Higgs-Boson entdeckt. Ein absolut irres Teilchen. Durch dieses Teilchen konnte die Existenz des Higgs-Feldes nachgewiesen werden. Es verschafft alle Masse, die Eigenschaft von Materie, die die Raumzeit krümmt und so uns zum Beispiel hier auf die Erde zieht. Das wisst ihr ja aus meinem Video über die Relativitätstheorie. Gravitation ist keine Kraft, sondern die Krümmung der Raumzeit. Und die Eigenschaft der Materie, Masse, die die Krümmung verursacht, verleiht das Higgs-Feld der Materie. Das Ganze geschah am LHC, eine der größten und teuersten Maschinen der Menschheit. Über drei Milliarden hat sie gekostet, ein Ring mit einer Länge von knapp 27 Kilometern ausgestattet mit mächtigen Detektoren, in denen Protonen oder Blei-Ionen mit fast Lichtgeschwindigkeit kollidieren. Bei diesen Kollisionen zerfallen die Teilchen in ihre Bestandteile und diese werden mit den riesigen Detektoren im Idealfall dann aufgespürt. Im Laufe der Jahrzehnte wurde ein Standardmodell der Elementarteilchenphysik aufgestellt und am LHC und seinen Vorgängern wurde dieses Modell mit seinen Quarks, Leptonen und Bosonen immer wieder bestätigt. Beim Zerfall des Higgs-Bosons in zwei Bottom-Quarks war der Nachweis des Zerfalls und damit des Standardmodells allerdings etwas tricky, weil diese Teilchen auch bei anderen Zerfallsvorgängen entstehen. Und das obwohl Higgs-Bosonen am meisten in diese beiden Teilchen zerfallen. Nach dem Standardmodell zerfallen Higgs-Bosonen in 60 Prozent der Fälle in diese beiden Quarks. Aber LHC-Kollisionen erzeugen große Mengen von Bottom-Quark-Paaren. Das macht es schwer, diejenigen herauszufiltern, die vom Zerfall des Higgs-Bosons stammen. So Kerstin Tackmann vom Atlas-Detektor am CERN. Wie also den Zerfall des Higgs-Bosons finden? Künstliche Intelligenz, also lernfähige Algorithmen, waren die Lösung. Sie suchten in den Daten nach Zerfällen, bei denen auch jeweils ein Z-Boson oder ein W-Boson auftritt. Und das ist jetzt gelungen. Dieser Nachweis ist ein Meilenstein in der Erforschung des Higgs-Bosons. Wir haben damit nun alle Kopplungen des Higgs-Bosons mit den schweren Quarks und Leptonen der dritten Generation beobachtet und auch alle wichtigen Erzeugungsarten dieses Teilchins. So Karl Jakobs Sprecher am Atlas. Damit wurde wieder das Standardmodell der Elementarteilchenphysik bestätigt und auch die Yukawa-Kopplung, also genau die Kopplung des Higgs-Feldes mit den geladenen Elementarteilchen wie Quarks und Leptonen, durch die sie ihre Masse erhalten. Wow! Wir sind dem vielleicht größten Rätsel, dass es überhaupt gibt, wieder etwas näher gerückt. Mit unseren Experimenten kommen wir dem Wesen des Higgs-Teilchens immer näher, dem Teilchen, das auch als Portal zu einer neuen Physik gilt. Das sagt Eckhard Elsen, CERN-Direktor für Forschung und Computertechnologie. So langsam dringen die Forschungsteams am CERN in einen Bereich vor, in dem sich eine neue Physik verbergen könnte. Wow! Und jetzt in eigener Sache. Wir machen Clixoom werbefrei, keine Pre-Rolls mehr, bzw. ihr habt es in der Hand, immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schon bald könnte es so bald sein, schalten wir die Werbung vor jeweils einem Video im Monat ab, bis es vor keinem Video mehr Werbung gibt. Werdet also Mitglied hier unter dem Video und bekommt noch exklusive extra Videos, Livestreams wie zum Beispiel nächste Woche Dienstag und noch ein paar weitere Privilegien. Einfach hier unter dem Video auf Mitglied werden klicken, tausend Dank an alle, die schon dabei sind. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp, dann umgeht ihr die bei einigen etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video mehr, einfach hier drauf klicken. Und hier geht es weiter mit, darf ihr auch draufklicken, der Large Hadron Collider am CERN wird zum Superbeschleuniger. Bis dann, bleibt dran!